Mein Name ist Dennis, ich bin hier mit dem Brotze und dem Schwertmann und eins in der Hand und wir sind hier für den Brotze unterwegs auf der GamesCore 2015! Und noch mal! Und noch mal! Was ist hier los Curry? In der Piraten Lounge! Ja Curry oder Go? Trink jetzt mal was? Sind wir noch ein bisschen am Chillen hier oder hast du mal was gesehen? Wo bist du zuhause, ey? Ein Kroko, Alter! Hier endlich mal bei mir in der neuen Rootour! Der Kroko wird für ihr Freund live! Ich habe nichts geguckt! Ja, meine Oma, oder? Wie? Ungeilbunter! Der Kroko ist unser Mann, deine Beine! Ich bin mitten im Weg, Alter! Wer ist das denn, Alter? Das geht nicht lustig! Juhu! Juhu! Ja, können wir noch ganz schön! Oh, Mann! Guten Tag! Guck mal! Was hast du mit der Kamera ausgepackt? Hallo, Mann! Da kommen die Menschen hier, oder? Der Menschen hat uns das Licht an, oder? Ja, ne? Auf der Bühne geht's immer ab, ey. Es ist immer Action, wenn ich hier gehe. Die laufen ja alle mit Bier. Ich bin voll bei so. So? Nein, wenn ich nicht. Nein! Drei Bier für den Hut! Ja, Packe! Ach so, Mann! Und jetzt für den Piratenstippe, Ahoi! Ja, Packe! Ich bin voll mit den Schimmer, Ahoi! Sag mal, komm, Tiefmann! Ja, Packe! Ja, Packe! Auch Tiefmann ist einer, ne? Ja, Packe! Jo, Ale! Ja! Was ist? Ja, ich bin voll mit den Schimmern. Das ist immer so eine Lander-Unden. Richtig! Dankeschön! Vielen Dank! Einmal platschen für die Zuschauer zu Hause! Ciao, Freunde! Ciao, meine Damen und Herren! Hallo, warum steht der Stau? Warum steht der Stau? Was? Wer hält mal Nettes an? Wer macht's gut? Gibt's hier was noch sonst, oder was? Ich hab solche T-Shirts! Ich lau rein! Yo, Freunde, wir sind hier bei IA am Start! Mit auf der Session! Wer ist das denn, Alter? Hallo! Yo, Games, komm mal! Hallo! Hallo, ich bin bei Brunzer in Video! Hallo, wir sind alle bei Brunzer in Video! Beste Firma! Wie ist das denn? Wie ist das denn? Freunde, was sagt ihr? Dieses Mal, für dieses Jahr, laufen wir diesen Gang das letzte Mal lang. Auf jeden Fall eine schöne Zeit. Ich werde es vermissen hier auf der Gamescom. Herzlich willkommen mit der ganzen Crew und mit der ganzen Schönen Community. Es hat uns so viel Spaß gemacht mit euch. Und es war so eine schöne Erfahrung auf der Gamescom. Ey, der guckt uns an. Hilfe, Hilfe, der uns gefolgt. Auf jeden Fall hoffe ich, dass wir uns dann nächstes Jahr wiedersehen. Wenn wir dann wieder eine schöne Reise erleben dürfen. Alle zusammen, zusammen mit der gesamten Gemeinschaft und der Community. Und, glaube ich. Es war schön mit euch. Ich glaube, ich habe mich auch lieb. Danke fürs Zusehen, danke fürs Zusehen, danke fürs Zusehen, danke für die tolle Zeit. Bis dahin, liebe Freunde, tschüss. Macht's gut, liebe Judo.